Hallo Leute, hier ist Mark Forster und ich spiele dieses Jahr die geilste Tour überhaupt. Das ist meine eigene Tour, nämlich die unglaubliche Mark Forster Arena Tour und ich erzähle euch jetzt, warum das die geilste Tour überhaupt ist. Grund Nummer 1, Mark Forster wird anwesend sein, ein richtig enger Kumpel von mir und auch ein musikalisches Vorbild. Grund Nummer 2, viele Menschen haben mich immer wieder gefragt, wann die Chöre endlich wieder für sie singen werden. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Chöre werden auf Tour für euch singen. Es ist die größte Mark Forster Tour aller Zeiten. Klar, ihr sagt euch, Mark Forster ist natürlich schon seit vielen Jahren extrem erfolgreich und beliebt, aber so geil wie dieses Jahr war es wirklich noch nie. Leute, die vorher mal auf Tour waren, werden sagen, sie waren nie auf Tour, weil wir neu definiert haben, was Tour überhaupt ist. Ihr seid alle nicht bereit, Deutschland ist nicht bereit, ihr werdet komplett durchrasten bei dieser Tour. Wenn ihr ein Stück Kuchen dieser magischen Tour-Torte abhaben wollt, dann kauft euch sofort Tickets für die unglaubliche Mark Forster Arena Tour Show Tour. Das ist gut. Das ist gut.